Schamon Leute, Abos auf Trockner, schreibt meine Freunde, heute, kurzes, kleines Statement, ganz ehrlich, ich hab letztes Mal ein Video gedroppt, so viele Leute wieder am labern, bla 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 bling, also hab ich mir gedacht, ganz ehrlich, jetzt reich's, jetzt reich's komplett. Morgen, um 14 Uhr, da kommt das ultimative Video, mit allen Beweisen und ich hole sogar meinen Notar, okay, ich mach extra einen Stepper nach Hamburg, ich hol meinen Notar, okay, für die Goofies, die nicht wissen, was ein Notar ist, das ist der Mann, der alles beglaubigt, der professionelle Hase quasi, so auf Anwaltsbasis angelehnt, okay, und mit dem Notar zeige ich alles, die Fahrzeugbriefe, die Firmenanteile, die Immobilien, die Immobilienanteile, alles, komplettes Paket, komplett, dann werden alle ruhig sein und das Ganze live, komplett live, also ich kann da auch gar nichts faken, morgen um 14 Uhr zieht euch das rein und wenn da keiner sagt, okay, Apo, R, ED ist Multimillionär, der hat komplett den Verstand verloren, 100%, morgen 14 Uhr, wie gesagt, mit Notar, live, alles wird gezeigt, alles, was die Leute gefragt haben, schaltet ein, sagt ihr Freunden Bescheid und bis zum nächsten Mal und Tschüss.